Hast du es dir verdient, dir heute mein Video anzuschauen? Damit meine ich. Hast du dir eine Aufgabe für heute gestellt und hast du die auch bis zum Ende erledigt? Ist das wirklich so, dass du daran arbeitest, dass du dir die Frage stellst, wie kann ich mich mit meinem Leben weiterentwickeln? Vielen ist es überhaupt nicht bewusst, dass die Zeit so kostbar ist und dass man sich immer wieder Ziele setzen sollte. Und du wirst jetzt sagen, ja, das habe ich schon mal gehört. Okay, wenn du es schon mal gehört hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass du auch da was für machst. Etwas hören und etwas machen ist ein bedeutsamer Unterschied. Und genau daran solltest du arbeiten. Das heißt, wenn du dir eine Aufgabe stellst und die am Tagesende nicht erreichst, dann solltest du auch dafür keine Belohnung dir nehmen. Das heißt wirklich, wenn du nichts zu Ende bringst, dann steht dir auch nichts zu. Dann musst du dich auch nicht wundern, dass du nichts bekommst. Und dass du morgen nichts bekommst und dass du Ende der Woche nichts bekommst und überhaupt nichts. Und das sollte dir mal bewusst werden, dass man für seine Dinge, die man sich erarbeiten möchte, dass man da was für tun muss und dass man nicht denkt, das ist alles selbstverständlich. Arbeite da mal dran und du wirst eine Veränderung bemerken. In diesem Sinne, bis dann. Bis dann. Vielen Dank.